da try hard strike mach ich mal das THD groß zack das finde ich witzig das hört irgendwie aus ich sehe immer das nachricht ploppt das sind immer monsterkette die mir gerade sagen ok was wollte es immer in der smoke ich hab's nicht mehr getroffen ok auf geht's muss ich aus einer musik hören wollte haute euch monsterkette rein hallo hallo das ist schön das freut mich ich gebe ich will gern arz sein ich will auch bin nicht schlecht das sieht doch als erst mal vielversprechend aus dass man deutsche und schauen was wir daraus machen können aber einer müsste auf dem mal quad gehen und quad gucken du 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 ja das muss er nicht chill wie viele b und als knocker ich spreche nicht deutsch Leute ok wie viele b Okay, dann redet er dich. Wir töten einen und es gibt definitiv einen mehr. 2 SK. Ich denke, es geht. Was ist mit? 2 mit. Loll, den hätte ich jetzt haben müssen. Es ist B. B. Das ist Baby. ken Sie? Konstruktion. Oh mein er hat einfach eine Diegel. Achtzuschauer und er überliest keine Nachricht. Eine Nachricht. Habe ich echt? Nee, habe ich gar nicht. Oh ja, Long Leg. Haha ich habe das gar nicht. ja das ist halt aber wenn ich komplett das spiel das war schwer fühlt euch niemals unbegrüßt gerade komplett der freude community amt da kann ich noch ein bisschen mehr auf dem chat achten dann kann ich auch öfter drauf gucken dass nur egal wenn ich sterbe beim komplett möchte ich auf keinen fall dass die leute werden weil ich mich beschäftige und selbst los der mps deutsch geist so wie sich augen bewegen könnte man dies denken warum könnte man das denken ich konnte noch auf dem schild und so aber ich weiß nicht was leinwand heißt klein waren die schön nein es wäre gut wäre gut und von fisch nein jetzt schön jetzt die klatsche die jetzt 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 habe ich versprochen ich habe mich versprochen ich habe mich versprochen ich habe mich lieber versprochen dahinter ist doch nicht schlimm ein körper ja ich weiß also wenn wenn da einer med wäre glaube ich weil ich ihn vielleicht nicht gleich mitbekommen habe und so weiter würde er einfach den stream verlassen davon gehe ich jetzt aus dass ich hätte er doch noch nicht 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 mich nicht mich nicht ich bin ich habe ich die jungen wir hatte ich habe ich noch nie gewöhnt ist das spielte alles nicht das ist so nicht korrekt nein nein das stimmt nicht als stopp jetzt rede ich hier wurde wurde der boot darum ist dass er die kohle doch was was ist denn da warum dann die wenig die müssen reden mit mir Was ist denn bloß der eine? Och blau! Das ist dein Ernst. Das ist jetzt so kacke von blau, von gg, warum die da jetzt nicht geguckt hat. Oh man, ey. No. Jetzt habe ich meine M4 verloren wegen sowas. Oh, ist das scheiße. Das ist so unglaublich scheiße. Und jetzt fängt er an mit einer Zweislust zu rennen. Oh mein Gott. Er hat jetzt gerade den Winkel nicht für eine... Okay, hat er. Das war aber doch zum Glück, in meiner Meinung. Oh man! Oh, holy shit! Das ist so ein Runde abzugeben. Ich werde das für einen von euch für einen von euch beschreiben. Was ist das eigentlich für ein Bild? Das ist das Video. Ich meine, das wäre es. ich weiß nicht was das ist für ein smiley i want it i want it all oh damn sorry das haben die anderen wesens waffen also glaub ich jetzt zumindest ab und zu mal so gucken müssen dass jetzt keine durchrennt ich kann mir nicht vorstellen dass er nicht ein step der gegner gemacht hat ich konnte sie hochschleichen, das ist schon traurig do you want to bruise to ninja? alassa no hi i want this car ich hab hunger smoke ich habe gerade hunger so komische fleischwurst, die kennt diese die immer so einer roten schale haut verpackung ist ich habe keine ahnung warum mein körper hunger ist gerade mal wieder fleischwurst, ne ich glaube ich das mal A also zwei müssen sie alleine schaffen die haben bis jetzt auch immer wieder B angespielt und gefakt ja gut einmal haben sie natürlich durch jetzt auch da rediger blödsinn ich gucke immer oben zur map um zu schauen ob da ein roter punkt auffloppt weil ich glaube nicht dass wenn die da die gegner haben sofort ist auch anders ich zapps mit ja nicht zapps ok zwei guys shot one shot was bomb ohne, he's on A blantick he is pit i think, or graveyard ich verstehe ich habe auch hunger lassen gehen ja okay jetzt oder nicht hatte ich ein aber du musst mich abholen okay dann lasse ich ein 1000 millionen kilometer weit weg das war einfach nur reflex weil ich so von dieser abgelenkt war komplett was anderes essen also eine ideen ja was hängt wird auch gern irgendwas geiles das richtig geil ist aber nicht so so ein mcdonalds scheiß geil ist noch was richtig richtig geil ist die sachen die man in großstadt kriegt ich gehe nach A Shots at the banana Shots or steps? Das habe ich nicht verstanden Pebo beinander Pebo beinander Two guys car wow they're going to A rotating they go A now mid go in quad action nice last one 11 HP geil hat er schön noch geholt hätte er ruhig geschossen hätte er eine akka hätte er wahrscheinlich mit dem ersten schwall schüssen schon so den ersten penetriert der zweiten zerschossen dass er viel mehr munition gehabt hätte okay tausend millionen kilometer weit weg okay das ist doof das ist doof das ist doof warum müssen wir mal weg wohnen alle leute mit denen ich was unternehmen könnte warum hat er gerade abgeschraubt da müssen wir mal ganz weit weg wohnen das ist total doof ich habe sogar mit einer jordan herunterricht geschrieben habe ich euch schon mal erzählt über fav talk also so ja da habe ich mit der jetzt über line chat so ein bisschen kontakt das ist aber lustig mal so eine kultur auch kennenzulernen das war alles auf englisch bei englisch ist jetzt nicht schlecht aber jetzt auch nicht so gut dass es wirklich richtig tiefgründig werden könnte also dass man da ja philosophiert oder so ist mir aber wichtig dass man mit Leuten philosophieren kann wie gesagt ich habe jetzt mein bruder war am wochenende da mit 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 meiner nicht ich habe mit ihm so viele ähnlichkeiten gehabt dass wir uns wir haben uns erschrocken ich habe mir jetzt zehn jahre nicht getroffen und wir haben so viele gemeinsamkeiten gehabt dass wir beide ich da saß krass dass mein bruder ist war definitiv confirmed ja wenn nicht wie gesagt ich schwärme zurzeit gerade jetzt jede stunde von der die ist einfach nur süß und der hammer also dass ich dann ich habe acht jahre alt und genial wirklich genial die hat eiskönigin gesucht let it go ja und dann habe ich noch zwei andere nicht ein wuch geil die sind total cool drauf 1917 die waren noch nicht mit dabei zu besuch und mein bruder der wohnt jetzt sind wir wieder bei dem thema wohnt halt vier fünf Kilometer wieder weg nördlich demzufolge ist das auch wieder so ein scheiß also wird das auch nicht sein dass ich die jetzt alle da jeden tag treffen werde going back to ich werde in einer stunde in magdeburg also ich habe bock auf was italienisch ist oder chinesisch ist chinesisch da bin ich sofort dabei chinesisch könnte ich jetzt auch richtig lecker mampfen italienisch ja aber da läuft eigentlich bei mir auch auf was mit Nudeln hinaus selbst die pizzen die es gibt er sich gerne mit Nudeln drauf das ist total Kohlenhydrate Schock aber chinesisch jetzt richtig ja das weg damit könnt ihr mich jetzt vorführen 20 Sekunden das ist ja auch mal gern was mit süßerer Soße ok jetzt ist er der Rocher ok ziel hinterher ja ich hab ok 2 an Arch 3 an Arch 3 an Arch they're not pushing right now 2 guys are low yellow you can watch Arch ok ich hab grad so schlecht der Heißschuss das geht gar nicht oh god ich war grad grad gedanklich noch dabei in der HE zu werfen also ich wollte eigentlich was werfen noch egal passiert meine teammates ja leider schon machen hoffe ich doch zumindest äh jo ganz kurz noch mal zum Thema zurück ich wäre schon da mit dem H das ist natürlich ganz schön krass ich glaub um die Uhrzeit zu gehen ist auch gar nichts mehr was in Magdeburg offen hat also Magdeburg ist jetzt für mich nicht eine große Stadt da müsste man schon nach Berlin fahren oder so da wurde meine Tante Last 2 guys are low Schaut könnte man sich da könnte man sich einquartieren ich weiß es ist eigentlich ein verrückter Wort zu reden weil ich eh keinen Urlaub jetzt morgen habe ich müsste auch wieder morgens mit 6 arbeiten aber ich erinnere mich so an meinen Bruder der einfach am Wochenende mal nachts um um 4 entscheidet ey komm wir fahren jetzt nach Berlin und trinkt nach 4 also nicht der Bruder der da war gestern sondern ein anderer tippe mehrere he's going to the spot for sure he's short nein oh god oh no er hat auch noch eine M4 wo er ganz groß schießen kann okay ich bin schlecht ich muss mich jetzt mehr bemühen ich bin schlecht schlecht gebratener Reis das ist ja richtig ätzend noch mehr hunger jetzt habe ich einen bärenhunger der typ das ist wahrscheinlich wiederum betrifft das ist noch nie einer an diesen scheiß fass doch jetzt war hey galaxy place warte wohnst du in magdeburg ach so na ja nicht ganz aber darum ist nicht weit weg also das ist so für mich einmal gas geben also ich wohne bei geiler schott den kann man doch gut hochgerissen und hochreißen ist ja meistens also darum da so zu treffen gerade im scope ist natürlich heftig machen wir hier wednesday select stream komisch aber ich trainiere zu komischen zeiten ich finde der apps menschen ab und zu ein bisschen mehr pushen und ich könnte auch mal ein paar kills machen sicherlich auch das wäre dem team zuträglich ich weiß auch nicht warum ich heute immer auf position stehe arch und auch auf das 2 stand ich ja vorhin von kohann brett das herr was okay aber das ständig wobei hier mit wollte man das kabel ruhig auf abstand wo ich meine keine gegner gesehen habe die rotieren bestimmt und ich weiß nicht wie der text geht deswegen singe ich nur so vor mich hin aber ich glaube das war von der silbermond frau warte mal woanders Was machen wir noch hin? Jetzt gewinnen wir! Jetzt werden wir gewinnen, okay? Wir werden es jetzt machen. Jetzt reicht. Jetzt ist Schluss. Jetzt spiele ich. Und es bleibt hier nicht so, wie es hier ist. Ich werde jetzt ganz viele Schüsse machen. Und Leute treffen. Und grüßen. Hallo. Guck mal. Ja, dann steht ihr mir eigentlich nichts im Wege, oder? Lisa. Dann können wir ja die nächste Party machen. Ich gucke lieber nicht so viel. Aber ich gehe rüber. Nooo! Nooo! Warum ist Moritz? Die ersten. 40 HP. Eine ist 10 HP. Wird zu Risiko gespielt. Um. Deploying Flash! ich danke dir für den follow ich muss mir das größer machen kann ich das besser sehen dass ich besser weil sich vom chat nicht mehr so viel so machen sehe ich nicht was ich habe ich eingereitet das gesehen ich bin da sofort reingehüpft und dann habe ich ja warum schießen wir nicht scheiße hatte auch eine liege so Okay. Kann ich mir was Persönliches überlegen? Okay, ich lass mir das richtig cooles einfallen, okay? Wir machen da was, was ganz schick ist. Na na na, da 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 da. Das rappelt im Karton, tum, 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 tum. Zack. Was says, was? Was playing with chickens. Ich verstehe auch nicht, wie die auf B so durchreden konnten, weil eigentlich müssten die jetzt smoke. So, 1,35. Da sind 20 Sekunden um. Da kann keiner durch. Schon mal. Das geht schon mal sehr schlecht. Dann, bei 1,15 können sie nochmal smocken. Dann gehen wir wieder 20 Sekunden um. Da kann schon mal keiner durchkommen. So, dann ist es 1... Ne, es ist 0,55. So. Kommt die mit? Oh Gott, was schieß ich mir denn halt zurecht? Das ist doch unglaublich. Naja, doch. Ganz unglaublich ist es ja nicht. Puff! Puff, hat es gemacht. Komm jetzt, mach die doch tot auf B. Ich kriege einen Krampf. Ich kriege einen Krampf, Alter. Ich zeige ihnen Blumen. Oh! Ich zeige ihnen Blumen. Oh! Ich zeige ihnen Blumen. Uh! Tum, 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 Tum. Ah, nee! Nein, warum, wieso?! Nein, warum schafft er noch einer? Ich glaube das alles nicht. Oh Gott. Ich möchte B gehen. Es gibt die A-Rotation. Ich glaube die Gegner sind doch nicht klug und werden die Steps hören. Da war ich. Du bist mein Licht. Ich soll jetzt nur gucken woher kommt. Ich stelle die Zähne und höre. Ich will den blauen im Stich lassen. Das war nicht gut von mir. Da war nicht gut. Ah, das ist mir okay. Das macht man nicht. Das war nicht nett. Time. Oh. Habe ich ihm gegeben. Habe ich ihm weggeschmatzt. Da habe ich ihn weggeschmatzt. So, wer waren das wieder auf? Okay. Ist aber Quatsch. Da meinte ich jetzt den Weg geschmatzt. Okay. Wir schreiben nachher noch. Lisa. Dann ist das echt noch. Lisa. Ja. Ich sag das noch so. 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 So dass wir gleich essen. Ich bin, ich bin, live is live nanananana. Das Spür das Dorisch habe ich jetzt auch drin. Jetzt hat es C geschrieben, jetzt habe ich es drin. Danadadada live. Och. Was machen die da aus B, alter? Ich raste aus. Two guys car. Ja wirklich jetzt ernsthaft? jetzt wieder da flächen die immer das mit verschlafen werden wir auch eine flash und die hat das erste ausgesagt Er kann sprechen. Er kann sprechen. Er kann sprechen. Boiler brennt. Das war nicht so gut. Er muss jetzt B pushen, glaube ich. Nein, eigentlich nicht. Wie viele Schritte? Vielleicht kommt ein Fahler. Ich habe zwei. Ich denke, der letzte ist hier. Die Bombe ist hier. BOOM! Danke für den Fahler. Fahler, 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 Fahler. Ich bin leider 60. Die liegt auch noch viel cooler da. Aber sie ist schicker, weil sie ist Standard. die balken 1 2 3 12 13 14 und spiel spiele mehr bezogen und dann geht's ab ja wir machen machen bau ist live na 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 ich wäre wenn du so weit weg ist die not nämlich in die länge ich werde ich machen können der zirunder ist auch egal ist mir egal egal da ist das flaschen war haben wir nicht ich weiß nicht genau wann die geworfen oder ganz kurz ein bisschen gut reagiert der wir wollen das noch auf jeden fall ich will es hier gewinnen wir gewinnen das auch und als die ist immer so auf alle fälle die damals so über rennen wenn die über den uhr das der links uhr dass er noch rechts hinten gucken also und watch apps mit der red car beinahe ich denke ich höre ich höre von her weil es halt einfach die musik ich so ein bisschen das ist so ein bisschen unter malung haben das sehr cool aber es ist doof wenn man da als kompletter spiel ich selbst leider schon hören ich müsste andere spiele spielen ich müsste mein kopf spielen dann brauche ich keine steps höheren zu top noch mit tötet ihn jetzt tötet ihn tötet ihn los anspott anspott wo man sich diese glocke manchmal geht ja also folgendes jetzt machen sollen aber ich will das klickern nicht mehr machen ich überlege schon häufiger man hat sich die die das nicht spielt hat er nicht gesehen hat er nicht gesehen lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol ich finde eine wunderschöne gute nacht einen seichten schatten in die schulwochen arbeiten schon schreibt I am throwing smoke Smoke left side Left side, east side, wherever you are Das ist von Haskell Musiker, oder? Left side, east side, doesn't matter where you are, oder so Drop down One is fit I have you Snacki Snacki, 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 Dick, 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 Dick Habe dich gesnackt Snacki? Snacki heißt das dann? Der braucht keine Waffen. Ist natürlich auch mies Der hat geschrieben I don't see shit Als ich meinen Kanal gepostet habe, das fand ich nicht nett take my okay jetzt start of banana ich muss die normalen grotschwand ich war glaube ich so weit weg at least it was when I died very good information ich kann auch von der exkursion weggestellt ne der war ja schon eher da das wurde mal bei South Park verarscht deswegen hab ich da die Melodie im Kopf ok und ich hatte mal eine Freundin die auch Heistgemüse geguckt hat und ich musste das auch gucken ok ich muss es nicht gucken aber ich hab sie geguckt zumindest den ersten Teil glaube ich ersten zweiten ersten ersten danach nie wieder also ich... das war einfach zu viel das ist wie wenn man wenn man Bruno Mars Musik hört ich hab nichts gegen gegen ramontisches Zeug und so aber wenn es dann einfach zu Matsch ist dieses das ist so dieses man kann auch alles ein bisschen subtil ausdrücken und formulieren dann finde ich es schön so jetzt haben wir da einen im Grafer ok wir haben einen der Archer Archer störe ich jetzt natürlich nicht weil der nicht kommt denke ich jetzt aber Archer 2HP One is coming from Beinander, one is coming from CT der von Banana hat einen UMP der von Banana hat einen UMP diesem mit dem Melodien im Kopf Dein problem pro Mensch Geh dochenschaften auch kommt die warte nein ich hab jetzt bockig ich gucke mich jetzt die luteine bleiben kann ja elegant heißt gemüste war wohl der drehungsgrund nee das war durch er da war ich sogar im kino bei dem 1 film und sie hatte mich dann immer geweckt wenn die spannenden stellen kamen das heißt wenn die werwölfe mit den papieren gekämpft haben ich denke wir gehen jetzt an ok nein 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 ob ok er kommt jetzt rum ich habe da noch nie das moxow geworfen das weiß ich nur das erste mal nach dem motto hier drehen wir mal ein bisschen östdeutsch gesehen ach nee dann mache ich offensiv ich hab dich schon gelobt im stream ich hab dich gefeiert ich hatte gerade ich hab vielleicht mal so ein twilight? twilight? na das war twilight war ich fand den ersten film ja nicht mal schlecht ja das ist gut gemacht das ist wirklich gut gemacht man muss man kann den leuten echt nicht sagen dass das die filme sind totale scheiße das das geht so nicht das ist halt nicht so ein männer krams aber so hätten die jetzt so ein bisschen mehr noch diese kämpferei so ein bisschen cooler gemacht einfach und nicht nur dieses geschmeiß ich mein klar das buch ist ja nun mal leider wie es ist kann man jetzt schlicht alles aber wenn es jetzt nur so ja dann glaube ich hätte das auch sehr viele kerne gucken können und mit muse als musikmacher dazu hatten der echt einen guten aufhänger also muse ist ja schon mal geil und hier newton star collision haben sie ja nützen im film und supermassive black hole also ist ja definitiv sind ja da ein paar leute mit dabei gewesen die die musik hat den film einfach schon gut gemacht da ich war fand ich gut dass er einfach nur für die gemacht hat für die autoren ja fern war von news also er ist für ein hinterer wissen habe ja ich habe ja auf jeden fall weil er ist ja ich fand das die späteren filme waren halt immer so dann dasselbe so von vom rammontigkeitsgrad her also dieses hätte man ein bisschen was den höheren ganz dann habe ich ja nicht gesehen das würde mich ja noch leider weil ich in die anderen filme gesehen habe auch interessieren wie das nur ausgehen also nicht wie es ausging das weiß ich schon da wurde ich schon indoktriniert aber was dieses umgesetzt haben weil sie wird ja selber noch irgendwie vampir und blub das weiß ich mehr weiß ich nicht da kommt keiner da kommt keiner da könnte einer sind aber die sind lol headshot jawoll durch dieses scheiß tier aber nur am ende klick ja ist das geil jetzt feiere ich mich lol oh das headshot wow i'm sorry i'm sorry ha 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 ne ne es war das schön geil ok sorry ich habe mich gerade ein bisschen feiern müssen ich habe die bombe ist aber jetzt nicht ha 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 was war es vier stunden zwölf wo soll man sagen war alter einfach durch die tür geschossen und erst wirklich da und headshot äh ist ja geil nice sehr sehr geil das schneide ich mir auch raus denke ich das war ja grad wieder so ein zuckerstück ich habe gesagt dass wir diese map gewinnen ich weiß nicht warum aber ich habe es gesagt also gewusst warum ich weiß ich rede grad völlig durcheinander ist egal ich bin grad total gehypt ich bin jetzt gehypt wow war das cool so nice warte mal vier stunden und zwölf habe ich jetzt wo es ansteckt ha 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 hype nenne ich das erstmal so kann ich nämlich merken was ich da gemacht hab gemocht hab ha 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 ey das war grad wirklich ein geiler schuss das klappt eigentlich nie das ding nicht das wäre jetzt grad nur so wow aber nur wow bock auf den twilight marathon oh wie gesagt ich habe meine meinung dazu aber den letzten film würde ich ja gerne noch sehen das würde mich ja mal interessieren also würde mich halt schon mal interessieren ja doch muss ich so sagen ey ist das geil dass ich ihn da es gibt ja auch noch mehrere rollings mit denen ich mich damals mal beschäftigt habe weil wie gesagt entfernen wir meine lieblings map man kann auch hier durchschießen und dann kann man wirklich einen headshot geben dann kann man wirklich einen headshot geben dann kann man direkt einen headshot verteilen ich denke die zeit was zeit rechts war eigentlich einer der kann natürlich auch schon mit runde gelaufen sein hätte ich aber gehört also muss er kurz dann ist das da ist das top auch mit da ist das top auch mit he is going mit er geht mit runter jo 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 weg weg dass ich keinen report kriegen ich hoffe nicht das war schon ein bisschen lang ja der hat auch mal mittelgrad gesteppt der typ uiuiuiui jetzt verlieren wir das okay wir holen jetzt doch nicht das ist eine geile runde geile runde geile map geiles spiel aber okay auch vielleicht nur wegen seiner situation jetzt bin ich aber total damit kann ich jetzt aber auch einfach schön ins bett gehen also wenn ich jetzt wenn der vorbei ist und so weiter dann kann ich einfach richtig glücklich schlafen gehen das ist total cool was marathon in der abendämmerung ich weiß auch gar nicht wie die heißen alle die filme da bin ich auch ein bisschen auch was mit morgen mittag abend das hekt mit ist aggressive wie wir müssen doch gleich kommen da müssen wir ein bisschen schneller machen brauchen wir einen smoke für die leute smoke kommt crash kommt kein aber cable so ich habe alle filme also auch die letzten wie heißen die jetzt bin ich jetzt ein bisschen neugierig also morgen das sind vier oder sind vier filmen also drei habe ich gesehen ja ich bräuchte davor noch eine kleine schulung was noch mal passiert ist das review weil das habe ich auch nicht mehr so im kopf 20 sekunden ich hab's extra geflüstert damit er es nicht so laut hat und sagt doch jetzt muss man rechts gucken beide links kraft das wusste ich nicht ich habe alle filme die bombe habe ich nicht ich hatte eigentlich gehofft dass wir die im plan durch den dünnenpland den plant durch den b oh mein maus wird gerade gespannen ich kann sie sehen da war wohl ein fuzzle ein fuzzle flashing oh mein gott sorry mate no it's my fault man fucking reflexes klatsch ok klatsch ok ja tatsächlich na gut ja wenn ich mir die ist eins kino sein ja ja dann darfst du waren nicht so Lass mir eine Eko hin. Nee. Das Koffeln. Lass mal A ergreifen. Let's go A, vielleicht. Please, maybe. Yeah, let's go A this time. You don't have to rush, just to play it. Sorry, ja. Also, ich würde sagen, ich würde sagen, aber ich bin gerade englisch nicht so. Ich bin gerade, ich kenne kein Englisch. Ah, we're offshort. Alter, was das helle. Watch Banane Breast. Orange muss Banane holen. Smoking left side. Sugar is long. Oh Gott. Oh Gott. 16. Nein. Ach, ich allein. Ach, nicht schon wieder. Nein. Bis, bis zum Morgengrauen. Bis zur Mittagstunde. Bis zum Abendbrot. 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 Ich guck mich jetzt. Rennen mal voll. Und ich bin verkauft. Ich hab scheisse gekauft, dass ich nicht geschlafen habe. Stefan, ja. Kann man so oder so sagen. Achso, man kann beides da Okay Was mit dem Biss? Nein Möchst du legen? Konstruktion, Konstruktion So, das verlieren wir auch nochmal Aber wir haben ein Plan, wir haben Geld und haben kein Geld Na gut dann nicht, oder? Doch, müsste dann noch sein endlich Das ist wirklich, ich müsste im Abendbrot darauf kommen, hier ist nicht klar Jetzt muss ich noch mal kurz drinnen So, Konzentrationsmodus Und jetzt geht's los Jetzt wird gewonnen Bombe Smoke Shot Shot I am throwing smoke Bloodbank Oh, ne Shot I fall I am throwing a Bloodbank Maybe go B Or Ah, no Go Banana Yeah, let's go B, while we have the chance Yeah, let's go B Go 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 baby, go baby, go baby Go baby, go baby Go, go go Go, go go Throw in smoke Throw in smoke He's hit Oh no He's low Oh no Ach man, no, jetzt macht der nicht so ne Scheiße Ich sterb doch da nicht alle sinnlos es kann nicht wahr sein da sind die wirklich nur krepieren was soll ich dann noch machen so der flash tat seinen augen abendbrot abendbrot ja das macht sinn abendbrot wie wo liest du abendbrot ich weiß es auch nicht keine ahnung ich bin doof ich kann nicht lesen abendrot abend ist echt dumm man muss echt dumm sein wie dieser feld mit der bombe die breite immer noch scheiße ich wollte nicht sterben ich sterbe hier fast recht dadurch ich bin so dumm Danke, ich kann nicht viel Schaden gemacht. One PA is hurt. One is Staker. One is short. One spot. Safe plan is it. He's searching. In der letzten Ecke ist er. Nice man. Ah, da hab ich auch was kapiert wegen dem Feuer. Oh Gott, oh Gott. Nice Runde, danke. Thanks for playing. See you guys. Haben wir noch anderes gerissen. Haben wir noch runtergerissen? Next for the game guys. So was haben wir jetzt für... Rangaufteilung hier. Das ist ja alles kunterbunt. Team GLE, DATA 2 LE. Das sind richtig komische Aufsplittung. So. Ja. Da haben wir ja wohl noch gewonnen. Ich war skeptisch ein bisschen. Aber... Gut. Halt geklappt. Nice. Gut. Ich bedanke mich dann schon mal an euch. Ich bedanke mich an euch. Ich kann heute nicht mehr reden. Ich hör jetzt auf. Das ist bescheuert. Heute ist echt... Ne. So. Was macht ja jemand ins prominentes. Lange 안녕하세요 Brotus. Ich bin auf, also war dadurch. Ich habe케이sp Per chose.